Wir haben sicher mit dem heutigen Spiel untermauert, dass wir nach wie vor nicht nur wettbewerbsfähig sind in der Champions League, sondern dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir Ambitionen haben. Und das heutige Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft immer besser wird, an sich glaubt, dass wir auch Ausfälle kompensieren können. Und für mich war es sehr erfreulich, dass zum Beispiel Frank Ribery wieder einsatzfähig ist. Und ich fand auch, nach so langer Pause hat er sich prima eingefügt. Arjen hat Probleme mit dem Ischiasnerv und der hat sich gemeldet und ist entzündet. Und deswegen kann man da keine Prognose stellen. Aber meines Erachtens ist das eine Sache von ein, zwei Wochen normalerweise. Aber man muss mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber insgesamt ist das keine schwere und schlimme Verletzung, die er hat.